Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zurück bei den Siedlern 4 und wir haben tatsächlich Gold gefunden. Das kam aus dem Nichts. Leute, hier weiter. Ja, was sagt man dazu? Heureka. Auf geht's. Gold schmelzen bauen, let's go. Gerne auch noch eine Kohle-Mine. Hier hin und dann noch zwei Spitzhacken. Habt ihr da unten auch endlich Kohle? Nein, kein Gold. Also dann nächster Berg, letzter Berg, Kohle, Schwefel, Stein. Wenigstens Stein könnte man runterliefern. Wenigstens Stein und da oben brauchen wir eine Spitzhacke, okay. Okay, dann machst du halt noch eine. Ey, da ist noch mehr Gold. Na, geht doch. Na, geht doch. Gut. Oh, Viren- und Bedrohungsschutz. Ah, was hat... Bedrohung... Was? Keine. Puh. Oh, jetzt brennt mein PC, hä? Was war das jetzt für ein Sound? Egal, das große Wohnhaus ist fertig. Yippie. Und gleich das nächste. Heißt das, ich krieg wieder ein bisschen Militär? Gleich. Du bist besetzt, das ist toll. Hier wäre halt auch ein Berg, ne? Gut, was gab's jetzt hier? Gar nix. Schön. Für uns gibt's hier aber definitiv noch eine zweite und dritte Goldmine. Zack, zack. Oh, mich möchte jemand als Freund hinzufügen. Ja, na, das machen wir nachher. So. Eins, zwei, drei, vier. Dann, äh, du auch mal... Eins, zwei, drei, vier. Hammer. Alles klar. Und... Gold. Ey, come on. Was mach ich denn mit der Insel? Mach ich überhaupt was? Irgendwie wird sie gerade immer sinnloser. Und unsympathisch und so. Aber die Nahrungsproduktion, die buht. Ja, ja, ja. Ich hab schon einen runtergeschickt. Chill mal. Ihr geht da hin. Ihr seid hier genug. Gruppe 1. Du gehst mal lieber aus dem Weg, falls ihr hier vorbeiläuft, dass du nicht gleich drauf gehst. Auf dem Berg ist echt nichts. Schön. Das mach ich mit dir. Dann frischst du mir wieder hier hinten auf. Ja, okay, aber viel Gold ist das jetzt auch nicht. Also geil ist anders. Und ich hätte eigentlich auch gerne, dass noch zwei Kohlebergwerke mehr, wenn wir schon so viel Nahrung haben. Und überhaupt könnte man mal Lager bauen für, wenn wir es schon nicht wegproduzieren können gerade, bauen wir doch noch mal Lager für Kohle und für Eisen. Weil, wir haben hier überall Stau. So. Sieht echt so aus. Kein Gold. Wie gesagt, ich könnte hier noch zwischen hier oben rein siedeln. Da ist aber auch kein Gold. Das weiß ich. Von daher kann ich das jetzt auch lassen. Vor allem, ich hab's nicht notwendig. Ich verteidige mich ja. Lustigerweise, ganz gut. Und wir machen hier weiter und wir könnten, ja, vor der, wir ziehen hier noch durch. Das ist mir noch zu verlustreich alles. Wir könnten auch mal, naja, was machen eigentlich meine? Ah, ihr habt noch zu tun. Wir könnten auch mal hier rüber expandieren. Und vor allem könnten, ich mach erst mal, die Fischverteilung geht wieder exklusiv so rüber. Und dann machen wir hier aber, ja, okay. So. Und noch mal ein bisschen mehr Fisch. Das sollte auf jeden Fall reichen für die drei Goldbergwerke. Zwei Angeln. Okay. Und Gold. Leute, ihr macht's spannend. Ihr macht's spannend. Oh, das sind viele Steine. Da müssen wir auch hin. Und wird hier gekämpft? Nö. Und ich glaub, bei dir wird sowieso nicht gekämpft, weil du bist irgendwie auf einer eigenen Insel. Stimmt hier irgendwo angeschlossen. Trotzdem. Ja. Kein Gold. Keine Wüste. Nichts. So, ihr lagert hier Kohle ein. Und jetzt haben wir wieder ein Steinproblem. Aber wir können jetzt auch mal einen... Ja, einen großen Tempel bauen und wir haben ein Steinproblem. Tja. Mach's trotzdem. Wir können ja hier Wüste hin machen. Hier machen wir schon ein bisschen Platz. Okay. Und wir werden doch bestimmt gleich wieder angegriffen. Und den Wikinger haben wir jetzt auch bald erreicht. Oh yeah. Da ist nochmal Gold. Da können wir schon mal Minen setzen. Also wir bauen sie nicht gleich, aber wir... Äh... Okay. Da gehen nur zwei hin. Dann muss man sie ein bisschen... Ein bisschen besser setzen. So vielleicht. Okay. Und hier könnten wir noch zwei Kohleminen bauen, die... Die machen wir auch nochmal Stopp. Und ihr zwei seid dann hier eigentlich durch. Ihr fangt dann mit dem Berg nochmal an. Oh, halt mal. Hier könnten wir auch noch eine Kohle setzen. Boom. Okay. Und eigentlich war... Jetzt baue ich Lager. Warum baue ich denn nicht noch eine Eisenschmelze und noch eine Waffenschmiede? Mein Problem ist halt der Siedler, ne? Was? Ich denke mir, er wollte sagen, er hat keine Bäume mehr. Er sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Oder so? Oh. Okay. Abgefrühstückt. Ah, das einzige hier drüben... Es ist hier kein Gold. Jetzt können wir es sagen. Also das einzige, was hier Sinn macht, sind... Folgendes. Wir machen jetzt hier drüben einen... Alter. Hallo. Fischerhütte. Ja, und die setzen wir hier gleich hin. So. Nix. Prio. Hör auf. Ja, scheiß Prio. Zwei Holz. Drei Steine. Mach mal unten eine Angel. Bringste auf. Und dann bauen wir halt noch eine. Okay. Stop. Das Gebäude. Militär. Lauft. Militär. Lauft. Und wenn möglich, macht ihr mir jetzt Elite. Und du, hier bist du fertig? Du wirst fertig. Okay, und das habe ich jetzt gesehen, weil ihr meinen Spion getötet habt. Hm. Warum kriege ich keine Waffen? Achso, weil ich keine Siedler habe. Tja. Ähm. 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 Macht doch. Hier. Da habt ihr Steine. Falls das was hilft. Ja. Und ihr killt es natürlich wieder. Ah ja, rettet den Stein. Gute Idee. Bauarbeiter, Planiere haben wir noch nicht. Oh, warte mal. Hier machen wir auch einen Stopp rein. So, wo bleiben meine Truppe? Okay, der kommt gerade so rechtzeitig. Und ihr seid nur noch zu dritt. Warum? Hä? Äh. Oh, bitte sag nicht. Er will jetzt hier unten lang. will er bestimmt, weil er den Siedlern hinterherläuft. Okay, kein Problem. Dann halt da runter. Und ihr macht jetzt eine Brio in das Große. Warum habe ich das nicht schon länger gemacht? Und ich baue jetzt auch keine großen mehr, sondern wieder mittlere. So. Schießt schon mal los. Dass der gleich drauf geht. Und der geht sicher drauf. Okay. Den ersten habt ihr. Der zweite ist jetzt ein bisschen gecovert. Das ist ein bisschen blöd. Also müsst ihr eh wieder alle töten. Feuer, Feuer, Feuer. Oh Mann, ich brauche Tier 3. Wenn das alles Tier 3 wäre, wäre das überhaupt kein Thema mehr. Produzieren wir Gold? Nö, es fehlt Träger. Es fehlen überall an Trägern. Und lasst den bitte nicht entkommen. Danke. Hallo. Nein. So. Jetzt haben wir auch endgültig nur noch Bogenschützen. Und du wie der Arbeit? Ist mittlerweile das Zeug angekommen? Achso. Du kannst dich fahren, weil die Steine fehlen. Klar, verstehe ich. So. Wir machen die Baustellen wieder an. Und ihr seid die neue Gruppe 1. Ihr geht jetzt halt mal zum Medic. Und jetzt... Wird es ja... Ne, ist noch nicht fertig. Wird jetzt erst fertig. Okay. Hier dürft ihr übrigens Eisen lagern. Falls das irgendwas bringt. Und ich sollte die Trägeranzahl... Mal auf 20 mindestens. Sonst auch irgendwo ein Angriff? Nee. Gut. So. Zwei neue mittlere Wohnhäuser, bitte. It's all about the Siedlers. Siedlers. Und du stehst es natürlich noch... Du hast doch schon zwei Steine. Achso, du musst vier. Na ja, einen noch. Sehe ich... Ah ja, die Angel fehlt auch, ne? Aber jetzt... Nee, nix. Nix da, es fehlt alles. Das ist halt so, wenn man gleich... Ja, okay. Was soll's? Wir tun keine Tier 1 mehr produzieren. Wir halten auch so noch einen Angriff aus. Okay, warum wurdest du gebaut? Dich hab ich... Ja, wurscht. War keine Absicht. Apropos Minensätzen. Eisen. Eisen. Aber ihr Stopp. So. Jetzt hab ich hier noch drei Spezialisten. Ihr dürft jetzt mal hier hinten anfangen. Und wo ist Nummer 4? Gibt's nicht mehr Nummer 4? Ich hab 5. Halt, Geolung. Ich hab 9. Äh, 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 hier. Nein, nein, dich suche ich nicht. Nein, nein. Was zur Hölle. Ja, komm, mach weiter. Du bist hier außen rum gelaufen. Okay. Du bist cool. Mach weiter. Und wenn hier nix passiert... Oh je, die Steine gehen... Ja, also hier brauchen wir dann doch Steine. Die wir dann da rüber bringen. Und du bist beladen. Okay. Das nächste hier wäre ein kleines Wohnhaus. Das könnten wir irgendwo hier hin machen. Du brauchst drei Steine und zwei Holz. Das wäre das nächste. So. Ein Hammer. Okay. Kriegst du auch. Und wir Siedler. Ja, 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 ja. Ich hab keine Siedler. Danke. Das hab ich jetzt auch mitbekommen. Ähm. Brio. Brio. Weiterhin Brios, bitte. Seid ihr alle geheilt? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Passt eigentlich, ne? Und du? Ah. Du nimmst mir ein bisschen Land ein. Dann sehe ich vielleicht hier ein bisschen was. Was er was bringt? Keine Ahnung. Aber nur zu. Und ich feiere das. Ich hab ein Handelsschiff und es funktioniert und das Spiel stürzt nicht ab. Und wieso bin ich... Fühl ich... Nö, ich speichere nicht. Nö, ich glaub, dass es funktioniert. Fühl mich grad so ein bisschen genötigt, das zu machen. Aber nö. Wenn, dann find ich es jetzt auf die harte Tour raus. Wir haben... Eigentlich auch zu wenig Kohlebergwerke. Eins. Zwei. Drei. Auch nochmal Stopp. 70% Angriffsstärke. Wie hat man eigentlich das geschafft? Uäh. So, Produktion einstellen. Produktion einstellen. Ritter ist safe. Ähm. Gebäude. Produktion einstellen. So. Ach komm, habt ihr nichts zum Graben? Ich geb euch was zum Graben. Ich geb euch was zum Graben. Komm runter. Los. Ich geb dir noch was zum Graben. Komm runter. Jawohl. Na, Tier 3. Gold. Wie schaut's aus? Tja. Ich hab nicht nur ein bisschen Siedlermangel. Ich hab notorischen Siedlermangel. Und jetzt verliere ich gleich noch mehr. Geht aber gut ab, ne? Jetzt produzieren wir noch mehr Waffen. Wenn wir jetzt auch anfangen würden, Gold zu produzieren. Dann würde ich auch noch nicht locker eine dritte Goldschmelze hinbauen. Und wenn ich sogar eine vierte. ja, kommt schon. Gekämpft wird irgendwo... bei einem Holzfäller. Den brauch ich gar nicht stoppen. Soll ich die wieder abreißen? Soll ich die gleich lassen? Die Brios sind eh hier. Hey, und die Waren sind da. Das heißt, wir nehmen mal einen Schaufler und einen Hämmerer. Zack. Vielleicht könnten wir ja hier dann sogar sagen, komm, einen zum Graben. Zack. Und dir könnten wir sagen, zack, du wirst deinen Hammer fallen und wirst hier Bauarbeiter. Weil dann geht hier doch schon was. So. Feuer. Am besten tötet ihr gleich die Priester. Die jetzt leider rückwärts laufen. Nicht gut. Ich kann hier noch Glasrohr schützen. Oh, und ich könnte jetzt durchaus alle meine Bogenschützen verlieren. Möglicherweise. Oh, oh. Also er dezimiert mich ganz schön. Ich muss jetzt meine Produktion wieder ans Laufen bringen. Jetzt haben wir hier einen Fischer im Nirgendswo. Ein kleines Wohnhaus gebaut. Und wir bauen jetzt zwei Steinminen. Erstmal. Sechs Holz. Vier Steine. Ne, warte mal. Doch. Komm. Und zwei Spitzhacken. Und lebe ich noch? Oh je. Okay, da ist der erste Tier 3. Immerhin. Das sind jetzt noch 28 ein. Irgendwo hier mal eine Baustelle. Da könnt ihr natürlich jetzt wieder weitermachen. Ihr holt natürlich jetzt die Steine weiter. Viele sind es ja nicht mehr. Geil. Und ich hab einen Priester gekriegt. Abkürzung. 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 Mach mal hier Wüste hin. Okay, da unten kommt ein Stein. Schön, dass ihr wieder die wichtigen Dinger baut. Aber spielt jetzt eh keine Rolle mehr, ne? Weil es wird hier fertig. Und wir sollten aber noch zwei in Auftrag geben. Eine Schaufel. Wo bleibt das Schiff? Kommt. Ich sag es nicht, du springst. Nö. Ach, kacke. Jetzt haben die das. Ja, okay. Egal. Dann produziert er halt nicht schon mal seine acht Schiffe vor. Fische, nicht Schiffe. So, ihr grabt noch. Also gebe ich hier noch keine Prio rein. Hier wären es noch... Ui, 13 Steine. Ui, und der Steinbergwerk ist eigentlich auch durch. Hier unten kriege ich auch keine... Wir stoppen das mal. Das auch. Und vielleicht sollte ich jetzt doch gucken, dass da hinten... 7, 6 sind da. Ist alles da. Hol ab. Und du kriegst dann den Befehl, wenn das steht. Nee, halt mal. Erst wenn die Gebäude gebaut sind. Das wäre alles andere wäre Blödsinn. Weil dann wird nämlich nichts fertig. Krieg ich Militär? Tier 3, 7. Ja. Kommt was. Langsam, aber sicher. Wir haben hier halt auch nirgendwo mehr Steine gefunden, ne? Jetzt müsste ich mal ein Bogenschützchen hier runterschicken. Wird gleich gemeckert. Genauso wie hier. Ja. Weiß ich doch, Schnucki. Und ihr? Ihr frischt dann halt den nochmal auf. Ich setze hier auch nochmal Kohlebergwerke. So. Das sollte dann aber auch bis zum Ende reichen. Stopp. Stopp. Priorität. Wo ist das andere? Auch Priorität. Keine Steine mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Du bist los. Das ist gut. Aber mit was bist du los? Mit einem Holz? Oh, leck. Brauche ich vielleicht noch so ein Schiff? Kann ich mir jetzt aber auch nicht leisten. du hast immerhin mir eine Möglichkeit eröffnet. Eine Agavenfarm bauen wir und eine Destille. Ich kann weiter hier unten hin und einen kleinen Tempel. Ach komm, den machen wir hier rein. So. Und irgendwie ist jetzt hier sogar was fertig geworden. du fährst leer, ne? Du blöde Schiff fährst leer. Also, liebe Zocker-Launcher, das war's dann aber auch schon mit dieser Folge. In diesem Sinne, ähm, ja, wirklich vorangekommen sind wir leider nicht. Aber kann ja noch werden, ne? Wir expandieren jetzt hier mal nicht mehr. Du gehst zurück. Wir lassen es mal hier bei. Wobei, ich will die Steine. Ich muss da hin. Komm, ich muss hier weiter expandieren. Hilft nix. Warum bist du noch nicht besetzt? Du wirst jetzt besetzt. das nehmen wir noch kurz mit. Und hast du irgendwas gebracht? Nein. Gott, verdammt. Ich hoffe, der kommt nochmal. Liegt sogar. Komm, fahr wieder rauf. auf geht's. Hier, ich mach die Verbindung weg. Du sollst nur da oben holen. Ich mach die hier auch nochmal weg. Vielleicht hilft das. So. Auf geht's. Also, wir brauchen auch offensichtlich Boote. Toll. Dann ne Werft. Boom. Macht das auch noch was kostet? Natürlich sechs Steine. klar. So. Ich wollte aufhören, ne? Also, liebe Zocker-Launcher, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Also, nochmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.